Wir stehen mit dem Schauspieler Josef Heinert vor einer Kirche in St. Georg in Hamburg. Und ich wäre gerne Rockstar. Wärst du eigentlich auch gerne Rockstar? Ja, also wenn man abzieht, dass ich weder singen noch musizieren kann, aber ich habe das mal ausprobieren dürfen, da so beim Dreh vor zweieinhalb tausend Komparsen aufzutreten als Rockstar. Das war schon sehr geil. Wo war das? Circus Krone München als Robert Görl, der Schlagzeuger von Daff. Krass. Und da hast du Schlagzeug gelernt? Ja, so dass ich es Playback-mäßig simulieren kann, ja. Offbeat. Ja, so produzieren wir ja auch unsere Sendung. Talk dort. Heinert mit N und F. E-Y. N-E-A-T. hhhhhHhhhhhhhhhgm Bis zum nächsten Mal.